Hallo und einen wunderschönen guten Morgen aus dem schönen Alanya. Ja, ich wollte euch mal kurz erzählen, warum ich es so mag, hier in so einer jetzt so ein bisschen urbaneren Gegend zu wohnen. Urban bedeutet eher städtisch. Wir haben ja früher auf dem Land gelebt und waren so am Rande einer Kleinstadt und da war der nächste Bäcker oder der nächste Supermarkt oder was richtig weit weg. Also da konnte man zu Fuß 20, 25 Minuten im Stechschritt, hat man geschafft. Und das hat ja oft geregnet und so. Also wir sind ja meistens im Auto irgendwo was zum Frühstück holen gefahren oder haben das auch gar nicht so oft gemacht, sondern haben eher Sachen eingefroren und dann aufgepackt und so. Und ich bin gerade hier vor unserer Wohnung losgedüst und gehe jetzt hier raus. Und wir haben immer noch so die gehobenen 20 Grad. Also ich schätze mal, wir haben jetzt schon wieder so 27 Grad, wird auch so auf 29 steigen. Und jetzt mache ich mich auf den Weg, ein bisschen was zu Frühstücken holen. Was es hier in der Türkei ja sehr, sehr günstig gibt, ist so Brot. Und das vertrage ich auch sehr, sehr gut. Ich habe da ganz am Anfang mal ein Video drüber gemacht, dass ich das wahnsinnig gut vertrage. Das ist auch relativ günstig. Das kostet so pro Brotleib so, ich glaube 25 Cent mittlerweile. Vier türkische Lira im Supermarkt, bei diesen kleinen Ständen, dieses Halk Egg Mac, das ist dieses Volksbrot. Das ist ein bisschen subventioniert oder von staatlichen Bäckereien. Das kostet 3 Lira 50, ihr müsst durch 18 teilen, dann habt ihr den Eurokurs gerade. Und so ein Brot reicht uns eigentlich. Wir essen da noch viel Gemüse dazu und wir haben gerade Tofe mitgebracht bekommen und ja, Gurken und sowas. Wenn du überlegst, für eine Familie oder nimmst zwei Brote, das nochmal auch öfters jetzt am Wochenende, wenn alle da sind, bist du halt unter 50 Cent und hast dann deine Kohlenhydratquelle. Und hier wird natürlich viel gebaut gerade, es ist einfach so, es ist eine absolute Hype-Gegend. Allein ja, es wird an allen Enden gebaut. Es fehlen aber auch Wohnungen, also die Leute brauchen Wohnungen und hier wird halt was dafür getan. Das ist halt das Gute und ja, letztes Jahr war ja noch das Ende im Prinzip der Pandemie. Da war noch deutlich weniger mit Bauen und da war auch ein paar Jahre fast gar nichts los. Deswegen haben wir auch da noch sehr gute Preise gekriegt für unsere Wohnung. Plus dann die Wohnung, die wir noch in der Aqua Residenz gekauft haben, plus noch die Wohnung für meine Stiegeeltern. Und haben dann noch echte Schnäppchen gemacht. Die Preise sind so gestiegen, das ist der Wahnsinn. Wir haben ja auch hier, auch in der Nähe, ja auch ein paar Wohnungen in einem neuen Gebäude gekauft, die wir als Investitionsobjekt genommen haben, um die entweder zu vermieten oder wieder zu verkaufen oder einfach für unsere Kinder zu halten. Wir haben ja drei Kinder, können wir jedem davon eine eigene Wohnung geben dann. Und die können dann später ein bisschen, ja, Privatsphäre haben. Unser Großer ist jetzt, wird jetzt dieses Jahr 16. Da könnte der dann quasi mit 18 halt ein paar Straßen weiter ausziehen und hätte seine eigene Wohnung. Da hätte er ja voll Bock drauf, hat er uns schon gesagt, kann ich ihm eine reservieren? Und er so, ja, kannst du. Alles machbar. So, und ich weiß jetzt nicht, wie viele Minuten das waren. Es war nicht weit, ja. Und wir sind jetzt hier an einem, ich kann mal auf die andere Straßenseite gehen. Kann sich das mal filmen. Es ist einfach nur ein Block rum. Und ich glaube, ich muss gucken, dass ich mich überfahren werde. Und hier ist auch eine Schule schon. Seltschulu, Otter, Okulu. Ich glaube, es ist eine, ist das eine Grundschule? Ich glaube schon. Oder ist es eine Unterschule? Also es gibt ja hier so auch Highschools, Grundschulen, Mittelschulen und Highschools. Und hier sieht man jetzt auch, hier ist ein BIM. Das ist so eine Art deutscher, vergleichbar mit einem deutschen Lidl oder Aldi. Dahinten ist ein A101. Das ist auch so ein bisschen in die Richtung, wobei die mehr Kosmetik-Sachen noch haben. Und dann ist hier noch ein sehr netter kleiner Market, der auch frisches Brot hat. Und da kaufen wir auch öfters mal was. Der hat auch so ein bisschen Spielsachen und so. Gerade wenn man so Tochter macht und Eis direkt raus. Also da kann man sich mal was auf die Schnelle holen. Und das haben wir hier in Laufnähe. Das waren jetzt nur so ein paar ganz kurze Minuten. Und so kann ich jetzt ganz frische Sachen kaufen. Heute ist auch Markttag. Wir werden wahrscheinlich auch wieder auf den Markt gehen. Und einfach mal gucken. Ich gehe jetzt mal in BIM. Ich kann euch ja mal ein bisschen mitnehmen, was es da so gibt. Und mal zeigen, was man da so kaufen kann. Ja, jetzt bin ich hier in BIM. Ich wollte euch das nochmal ganz kurz zeigen. Hier sind Getränke. Und hier kann man so Kaffee und Nutella. Sogar echte Nutella gibt es hier zu kaufen. Und hier wieder Getränke. Hier ist meine Tüte. Wer kennt, dass das meine Tüte ist, weil das ist vom Rewe. Die hatten mal so richtig coole recycelte Tüten. Davon habe ich mir da mal zehn Stück oder so gekauft. Hier gibt es sehr leckere Limmons. Alles auch in Glasflaschen. Sehr cool, wenn man halt gern lieber aus Glas das mag. Oder hier auch Wasser, wenn man das nicht liefern lässt. Und dann gibt es hier auch ganz, ganz viele Süßigkeiten und Nüsse und so, wie man das auch kennt. Und hier gibt es auch Milch für Leute, die normale Milch trinken. Aber sie hatten letztendlich auch vegane Milch hier. Mal gucken, ob es das immer noch gibt. Die hatten manchmal ein Angebot. Welche? Das kommt jetzt hier langsam alles mit dem veganen etwas näher. Und es ist noch nicht so wie in Deutschland, aber es fängt langsam an. Und das ist richtig gut. Ich sehe sie jetzt auf den ersten Blick nicht. Aber vor kurzem war hier bei den Milchsachen da so vegane Milch von Nilki. Und da haben wir dann auch so kleinere mal für unterwegs gekauft. Und ja, es gibt hier gekühlte Sachen, es gibt Angebote. Es sind gerade Koffer im Angebot und irgendwelche Baumaterialien. Und Zucker und Salz und eingefrorene Dinge. Also hier kann man sehr gut so Sachen einkaufen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal schreiben, ob ich mal so ein eigenes Video darüber machen soll. Ich kann ja mal so ein Beispiel mal zeigen. Was kann man denn mal zeigen? Vielleicht mit Nüssen kann man es am ehesten sehen, wie die Preise sind. Und hier sind zum Beispiel Erdnüsse, 12,50, also durch 850 Gramm. Da kann man schlecht vergleichen wegen der Größe. Naja, aber ihr seht es, hier gibt es auch so eingelegte Gurken. Die sind immer ein bisschen anders als in Deutschland. Schmecken ein bisschen anders. Und gefrorene Sachen und Pizza und Waschmittel und Seife. Also ihr seht es, das ist nicht hier so dritte Weltland, sondern alles sehr, sehr modern und ähnlich wie in Deutschland. So frisch eingekauft. Ein Beutel voller Sachen. Und es ist wirklich günstig hier. Und auf dem Markt ist es natürlich am allerbesten einzukaufen. Heute ist Samstag, da ist wieder Markt. Das ist der absolute Wahnsinn. Da haben wir auch schon Videos drüber gemacht. Und ja, jetzt bin ich gleich wieder zu Hause. Und dann werden wir mal schön frühstücken. Ein paar Sachen aufschneiden. Und ein paar Sachen anbrutzeln. Ich habe jetzt noch so vegane Cic-Köfte mitgebracht. Und das kann man so gut zum Frühstück noch dazu essen. Und dann gibt es gleich lecker Frühstück. Wobei wir am Wochenende eher branchen statt frühstücken. Also wir haben jetzt bestimmt gleich 12 Uhr. Und dann essen wir alle was zusammen. Gut, ganz liebe Grüße aus dem wundervollen Alanya bei wirklich fast 30 Grad immer noch. Und ich sende euch viel schönes Wetter und viele starke Nerven nach Deutschland. Macht's gut, bis bald. Und dann geht's gut.